Ich wollte doch nur einem Kind das Lesen beibringen. Die einzigen Kinder, mit denen du dich beschäftigen solltest, sind... ...deine eigenen. Ich bin... ...noch nicht bereit, Kinder zu kriegen. Du brauchst dafür nur den richtigen Mann. Es ist ein kleines Dorf, Gaston. Ich bin allen begegnet. Dann musst du dich vielleicht noch einmal umsehen. Ein paar von uns haben sich geändert. Gaston, wir könnten nie miteinander glücklich werden. Kein Mensch ändert sich... ...so sehr. Ach, Belle. Kein Mensch.